Ja, ich bin es, Walter Fennig. In dem folgenden Beitrag geht es um die Übungsausführung der Außenrotation. Viel Spaß dabei! Du stehst hüft- bis schulterbreit und der Oberarm des ausführenden Arms ist fest am Körper. Außerdem ist der Ellbogen um 90 Grad gebeugt. Und nun ziehst du das Band nach außen, indem du den Arm nach außen rotierst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017